Dieses ständige Kranksein, auf Arbeit die Kollegen, der Chef schon wieder krank, schon wieder ausfallen und lässt einen doch verzweifeln, weil du denkst, was stimmt mit mir nicht, warum kann mir niemand helfen und warum muss ich immer zu operiert werden und warum bringt mir dann diese OP keine Abhilfe. Ich habe teilweise mit Lungenentzündung zu Hause gesessen, weil ich Panik hatte, in ein Krankenhaus zu müssen durch diese ganzen Operationen von früher. Ja, es hat mich sehr eingeschränkt und ich habe viel, viel gemeint, ja. Was war das Gefühl, dass ich ständig krank, die Nase war ständig verstopft und gelb mit Schleim, die Lunge war voll mit Schleim, Symptome sind klassisch ständiger, chronischer, feuchter Husten und eben schlecht hören und die Nase ständig verstopft und dass man auch durch die Nase spricht. Und mir konnte dann über alte Jahre niemandem helfen oder sagen, was mir fehlt. Und durch blöden Zufall, mein Mann und ich, wir haben Fernsehen geguckt, da lief bei VOX die Sendung Gut bei Deutschland, da ist eine Familie in der Spanien ausgewandert. Und ja, der mittelste Sohn hatte so komische Symptome, die mir so bekannt vorkommen. Und habe dann anschließend im Internet gelesen und recherchiert über diese Erkrankung, weil sie die auch thematisiert haben bei der Sendung. Ja, alles was ich gelesen habe, das war ich. Und dann habe ich zugesehen, hier nach Hannover zu kommen, weil hier die Diagnostik vorhanden ist. Und für mich war jetzt einfach klar, ich war jetzt wild. Ich muss wissen, ist es das oder ist es das nicht. Frau Braun hat eine primäre ziliäre Diskenesie. Bei der primären ziliären Diskenesie funktioniert die angeborene Selbstreinigungsfunktion der Atemwege nicht mehr. Unsere Schleimhaut in den Atemwegen verfügt über sogenannte Flimmerhärchen. Zusammen mit dem Bronchialschleim, übrigens auch dem Schleim, der in den Nasen nebenhöhlen oder im Mittelohr gebildet wird, sorgen diese Flimmerhärchen dafür, dass sich die Atemwege selbst reinigen. Dadurch, dass sie kontinuierlich 24-7 das Sekret und alles, was sich darin gesammelt hat, Pollen, Stäube, Viren, Bakterien, zum Ausgang transportieren. Bei der PCD besteht das Problem darin, dass durch eine Strukturstörung im Aufbau dieser Flimmerhärchen der Schlag der Flimmerhärchen entweder gänzlich fehlt oder sehr steif ist. Bei unserer Patientin ist es eher eine etwas diskretere Form der Störung, der Transportstörung, was ja dann auch dazu geführt hat, dass etliche Jahre, Jahrzehnte vergangen sind, bis die Erkrankung auch diagnostiziert wurde. Bei meinen Besuchen in der MAH hier in Hannover, die sind etwa so alle halbe Jahr, bin ich hier zur Verlaufskontrolle und zum Gespräch, melde mich ganz normal an mit dem Überweisungsschein vom Pneumologen und bekomme dann einen Fragebogen zu meinem aktuellen Gesundheitszustand, wie so die letzten Monate und Wochen verlaufen sind, ob sich was verändert hat an Medikamenten oder wie es mir zu Hause ergangen ist, viel eben auch psychisch und wie die Arbeit so läuft. Und wenn die Fahrübungen durch sind, geht es zum Lungenfunktionstest, also das ist eigentlich Standard hier in der Therapie. Und dann sieht man anhand der Lungenfunktion, wie die Befindung schon ist vom Körper. Und man kann so ein bisschen Vergleiche stellen und Sauerstoff wird gemessen. Dann gibt es noch einen kleinen Termin im Labor, wird regelmäßig Blut abgenommen, die allgemeinen Entzündungswerte, Eisenwerte, also ein allgemeines großes Blutbild. Und da einfach auch zu sehen, wie so der Gesundheitszustand ist. Die PCD ist eine extrem seltene Erkrankung, wobei wahrscheinlich eben auch dramatisch unterdiagnostiziert. Man kann davon ausgehen, dass es in Deutschland, das wäre die konservative Schätzung, ungefähr 5000 Betroffene gibt, wobei offensichtlich die Dunkelziffer sehr hoch ist. Also vor der Diagnose war mein Leben, ich sag mal, kaum lebenswert, weil ich mich nie gut gefühlt habe. Dadurch, dass man ja auch immer krank ist, jeder kennt, wenn man erkältet ist und so leicht Fieber hat. Das war für mich so Standard. Aber seit der Diagnose sind die Phasen von diesem Gesundsein einfach viel, viel länger. Ich muss dafür natürlich auch viel aufbringen. Das beginnt schon damit, wenn ich morgens aufstehe, dass ich erstmal eine halbe Stunde meine Inhalation machen muss. Dann geht es weiter mit Nasenspülen, dass der Schleim aus der Nase eben auch rauskommt. Anschließend auch Nasen-Inhalation. Und das ganze Prozedere, da muss ich teilweise schon eine Stunde vor meiner Familie aufstehen, ehe wir überhaupt irgendwo hin können. Ich treibe auch regelmäßig Sport. Dr. Rienzhausen hatte Info gegeben, mir einen Ausdauersport zu suchen. Das habe ich getan. Ich jogge regelmäßig. Das hat mir natürlich eine gute Lungenfunktion zurückgebracht. Und einfach die Beschwerden auch mit der Lunge minimiert. Es gibt verschiedene Ansätze, einer Heilung der PCD näher oder nahe zu kommen. Neben gentherapeutischen Ansätzen, die sich bei anfänglicher Euphorie in den letzten Jahren eher sehr schwer tun, stehen durchaus auch zelltherapeutische Forschungsansätze im Mittelpunkt hierbei. Das ist zum Beispiel auch was, woran wir zusammen mit unserer Stammzellforschergruppe im Verbund von Leibniz-Lebao hier auf dem Campus arbeiten. Oder eben auch Inhalation von kleinen RNA-Molekülen. Das ist ein Therapieprinzipien, die für andere angeborene Erkrankungen eben auch schon angewendet werden. Zum Beispiel die Mukoviszidose, wo man eben durch das Einbringen kleiner Herbgutfragmente den Aufbau dieser Flimmerhärchen zumindest vorübergehend normalisieren kann. Studien sind hier zum Beispiel sehr wichtig. Aktuell steht wieder von dem Bronchiektasenregister wieder eine anonyme Studie im Raum. Aber es ist eben sehr wichtig, dass man da auch teilnehmen tut und dass es weiter vorangeht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017